Die Vorväter haben mit ihren Stahlbrücken in Niedbauweise schon sehr robuste Konstruktionen gewählt. Das heißt, wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass die ganz genau berechnet haben, wie groß müssen die Materialstärken sein. Und man findet bei den Viaduktstrecken, das sind ja immerhin doch ca. 2,6 Kilometer oder so etwas, sehr filigrane Bauweisen, wo jeder Stab eben auf seine Beanspruchung genau ausgelegt ist. Man findet aber auch robustere Brücken. Und diese Bauweise ist erst mal schon sehr stabil. Nur durch den ständigen U-Bahn-Betrieb, eben über 70, 80 Jahre, erfahren ja die Stäbe, die einzelnen Bauglieder bei jedem Radüberlauf eine besondere Beanspruchung. Und das macht sie müde. Und bis Mitte der 90er Jahre hat man sich um diese Ermüdungsproblematik noch nicht so kümmern müssen. Man hat ohnehin immer Reparaturen an der Beschichtung, an der Farbe vorgenommen. Man hat auch kleinere, korrodierte, verrostete Teile ausgewechselt oder verstärkt. Aber man hat im Wesentlichen unter dem laufenden Rad repariert. Das nahm immer größere Umfänge an. Und da man bei diesen Baustellen langsam fahren muss, war das auch für die Fahrgäste allmählich spürbar. Die Fahrplananschlüsse waren nicht mehr so zu halten und das ging so nicht weiter. Und man hat, das ist vielleicht der wesentliche Punkt, eine konsequente Erneuerungsstrategie, die nachhaltig für die Zukunft ist, ab 1995 umgesetzt. Man hat erst mal einen Benchmark gemacht und hat sich ausgetauscht mit anderen Nahverkehrs- und Verkehrsbetreibern in England, in Schweden, in den USA. Und hat gefragt, wie geht ihr eigentlich mit den Brücken um? Wie lange denkt ihr, dass die halten können? Und dabei fand man verschiedene Verhaltensweisen von Kopf in den Sand, solange wir nichts Besonderes merken, teilweise in den USA, bis zu einer gewissen Vorsorge. Und es gab damals schon immer so Einschätzungen, ja, 80 Jahre müssen Brücken halten. Und wir hätten mit unserer sparsamen Erneuerungspolitik bis 1995, die immer nur stattfand, wenn irgendwo Nutzungsänderungen waren, 360 Jahre gebraucht, bis überhaupt die Brücken erneuert worden wären. Das war eine völlig irreale Zeit. Und wir haben dann abgeleitet aus diesen ganzen Befragungen, das war eine sehr gründliche Arbeit, dass keine Brücke älter werden sollte als 160 Jahre. Das ist ungefähr die doppelte Zeit, die man für die Bemessung mal zugrunde gelegt hat.